Herzlich willkommen bei der Aufbauanleitung für Aluminium-Terrassenüberdachungen der Kunststoffhandel Rexin GmbH. Wir erklären Ihnen in diesem animierten Video den einfachen und optimalen Aufbau einer Rexopremium-Terrassenüberdachung. Bitte haben Sie Verständnis, dass der Aufbau von Sonderkonstruktionen mit Ihrem Fachberater individuell abgesprochen werden muss. Der Aufbau einer Rexin-Terrassenüberdachung ist in drei Arbeitsbereiche unterteilt. Punkt 1 – Vorbereitung der gelieferten Produkte und Bereitstellung Ihrer Arbeitswerkzeuge. Punkt 2 – Der Aufbau der Unterkonstruktion. Punkt 3 – Die Montage der Dachhaut. Punkt 1 – Die Vorbereitung. Bevor Sie mit dem Aufbau beginnen, beachten Sie bitte folgende Hinweise und Tipps. Punkt 3 – Prüfen Sie anhand Ihrer Rechnung die Vollständigkeit und Richtigkeit der gelieferten Ware. Punkt 4 – Sollten Sie Materialien nicht unmittelbar nach der Lieferung verbauen, achten Sie bitte darauf, dass Ihre Stegplatten und Aluprofile nicht in der Sonne und zudem regengeschützt gelagert werden. Punkt 4 – Andernfalls besteht die Gefahr, dass sich die Folie der Stegplatten erschwert entfernen lässt oder pressblanke Bauteile oxidieren. Punkt 5 – Schaffen Sie sich genug Platz zum Arbeiten und stellen Sie sich folgendes Arbeitswerkzeug bereit. Bohrmaschine mit diversen Bohrern – 3,5 mm, 4,8 mm, 8 mm und 11 mm Metallbohrer. 8 mm und 10 mm Steinbohrer und einen passenden Bohrer für Ihre Hauswand. Akkuschrauber – 20er, 25er, 30er, 40er und 45er Torxbit. 8 mm Bitaufsatz. Drehmomentschlüssel. 48er und 68er Metalllochbohrer. Silikonpistole. Gummihammer. Metallsäge. Wasserwaage. Bleistift. Küchenmesser. Massband und Zollstock. Zwei Montageböcke. Eine stabile Holzbohle in den Mindestmaßen 30 x 130 cm. Eine weiche Decke oder Polstermaterial. Punkt 2 – Die Unterkonstruktion. Im zweiten Teil dieser Aufbauanleitung wird Ihnen die Montage der Aluminiumunterkonstruktion gezeigt. Ein allgemeiner Hinweis vorab. Unsere hochwertigen Aluprofile besitzen eine hohe Materialstärke. Daher wird empfohlen, alle Löcher in mehreren Schritten zu bohren. Legen Sie nacheinander den Wandträger und den Hauptträger auf Ihre Montageböcke. Kennzeichnen Sie an beiden Außenkanten von Wand und Hauptträger je zwei Stellen mit dem Bleistift. Der erste Punkt ist 2 cm vom Rand entfernt. Der zweite Punkt 4,4 cm. Alle acht Punkte werden nun in der Bohrnut mit dem 4,8 mm Metallbohrer vorgebohrt. Bohren Sie als nächstes den Wandträger in gleichmäßigen Abständen mit einem 11 mm Metallbohrer vor. Die Anzahl der Löcher ergibt sich anhand der mitgelieferten Rahmendübel und muss ca. zwei Stück pro Meter betragen. Halten Sie jetzt den Wandträger mithilfe einer zweiten Person in gewünschter Höhe an Ihre Hauswand und bringen Sie ihn in Waage. Achtung! Bitte beachten Sie die Dachneigung und den daraus resultierenden Höhenunterschied. Bohren Sie mit einem geeigneten Bohrer durch die vorgebohrten Löcher bis in die Hauswand. Die Tiefe der Löcher ist abhängig von der Länge Ihrer Dübel. Montieren Sie nun den Wandträger an die Wand. Als nächster Schritt wird der vordere Rahmen montiert. Legen Sie sich als nächstes die Pfosten für die Weiterverarbeitung auf eine angenehme Arbeitsposition. Bevor Sie mit der Befestigung von Pfosten und Bodenplatten starten, bohren Sie in einen der Pfosten mit einem 68er Metalllochbohrer ein Loch für die Entwässerung. Achtung! Die Mitte des Loches muss mindestens 100 mm Abstand vom Pfostenende haben. Schrauben Sie anschließend die Bodenplatten mit je 4 M 8 x 25 mm Schrauben an den Pfosten fest. Legen Sie im nächsten Schritt den Hauptträger und die vorbereiteten Pfosten wie abgebildet auf den Boden. Achtung! Bitte legen Sie vorab genügend weiches Material zwischen Profile und Boden, um so Beschädigungen an der Oberfläche während der Montage zu vermeiden. Bei diesem Aluminiumsystem ist es möglich, die Pfosten ganz außen zu positionieren oder bis zu einem Meter einzurücken. Die genaue Position der einzelnen Pfosten kann somit aufgrund örtlicher Bedingungen angepasst werden. Bohren Sie nun an der Stelle, an der der Pfosten mit der Entwässerung sitzt, mit einem 48er Metalllochbohrer ein Loch in den Rinnenboden des Hauptträgers. Stecken Sie den Stutzen durch das Loch und verschrauben Sie den 50er Schraubstutzen mit dem Hauptträger. Kürzen Sie den Spiralschlauch auf die passende Länge. Befestigen Sie den 90 Grad Ablaufbogen an einem Ende des Schlauchs und entfernen Sie die Schlauchtülle. Stecken Sie das andere Ende des Schlauches auf den Schraubstutzen am Hauptträger und fixieren Sie beide Enden mit einer Schlauchklemme. Schieben Sie als nächstes Hauptträger und Pfosten vorsichtig ineinander und lassen Sie den Schlauch samt Ablaufbogen in dem Pfosten verschwinden. Ziehen Sie den Ablaufbogen durch das Loch heraus und schrauben Sie das Gegenstück auf das Gewinde des Bogens. Bringen Sie jetzt Hauptträger und Pfosten in einen rechten Winkel zueinander. Achten Sie auch im späteren Verlauf unbedingt darauf, dass sich Pfosten und Hauptträger im Steckbereich nicht verkanten. Bohren Sie nun Hauptträger und Pfosten an der Vorderseite mittels 4,8 mm Metallbohrer vor. Es werden im ersten Schritt zwei Super-Saphir-Schrauben pro Pfosten mit dem Hauptträger verschraubt. Der Abstand der Schrauben beträgt jeweils 1,5 cm von der Außenkante des Pfostens. Bevor der fertige Rahmen aus Hauptträger und Pfosten mit Hilfe einer zweiten Person aufgestellt und in Waage gebracht wird, bereiten Sie zunächst die Sparren vor. In zwei der Sparren werden nun die Alu-Randstäbe eingezogen, die später den seitlichen Abschluss der Dachhaut bilden. Ziehen Sie den Alu-Randstab in den einen Sparren auf der linken Seite ein und in den anderen Sparren auf der rechten Seite. Achten Sie darauf, dass zwischen Sparren und Alu-Randstäben ein bündiger Randabschluss entsteht und sich keine Kante bildet. Passen Sie vorab die Alu-Randstäbe an. Die exakte Länge ergibt sich aus der Länge Ihrer Sparren abzüglich 65 mm. So ist gewährleistet, dass diese im späteren Verlauf der Montage zwischen den beiden Befestigungslaschen von Haupt- und Wandträger Platz finden. Ziehen Sie anschließend in den verbleibenden Aufnahmen die XL-Gummidichtungen ein. Die Länge der Dichtungen wird dabei im späteren Verlauf der Montage angepasst. Je nach Farbe Ihrer Überdachung zeigt hierbei entweder die schwarze oder die weiße Seite der XL-Dichtung nach außen. Aufgrund einer erhöhten Schneelast besteht gegebenenfalls die Notwendigkeit, anstelle des einfachen Sparrens den XL-Sparren zu verbauen. Für diesen Fall werden nun die Bohrlöcher für die XL-Sparrenbefestigung vorbereitet. Halten Sie dafür die XL-Sparrenstopper an die Sparrenenden mit der 26 mm Fräsung. Bohren Sie anschließend mit einem 4,8 mm Metallbohrer durch die Löcher in die Sparrenoberseite. Die XL-Sparrenstopper verhindern ein Herausrutschen der XL-Gummidichtungen und werden im späteren Verlauf bei der Sparrenbefestigung mit montiert. Richten Sie nun den fertigen Rahmen mithilfe einer zweiten oder dritten Person auf. Achtung! Da der Rahmen noch nicht fixiert ist, achten Sie bitte unbedingt auf eine ausreichende Sicherung. Legen Sie als nächstes die beiden äußeren Sparren mit den eingezogenen Alurandstäben in die Aufnahmen von Haupt- und Wandträger. Die Alurandstäbe müssen sich dabei jeweils an den Außenkanten der Überdachung befinden. Kürzen Sie, falls notwendig, die XL-Gummidichtungen. Befestigen Sie nun die Sparren mit der oberen Lasche von Haupt- und Wandträger. Bohren Sie dafür mit dem 3,5 mm Bohrer durch die zu Anfang gebohrten Löcher hindurch in den Sparren und befestigen Sie diese mit je einer Super-Saphyr-Schraube an Haupt- und Wandträger. Achtung! Verschrauben Sie an diesem Punkt der Montage noch nicht das zweite vorgebohrte Bohrloch. Der erste Teil der Unterkonstruktion steht nun fixiert und vormontiert auf Ihrer Terrasse und wird als nächstes ausgerichtet. Dazu überprüfen Sie die Parallelität von Hauptträger und Wandträger. Kontrollieren Sie anschließend die Rechtwinklichkeit der kompletten Dachfläche durch Abgleichen der Diagonalmaße von Ecke zu Ecke. Bei ungleichen Maßen verschieben Sie den Hauptträger in Längsrichtung, bis die Maße übereinstimmen. Überprüfen Sie mithilfe der Wasserwaage, ob die Pfosten im Lot stehen. Klopfen Sie diese gegebenenfalls leicht mit einem Gummihammer in Position. Wenn alle Maße stimmen, verschrauben Sie jetzt die äußeren Sparren mit der jeweils zweiten Schraube. Als nächster Schritt werden die Pfosten mit der Rückseite des Hauptträgers fixiert. Bohren Sie dazu die Rückseite von Hauptträger und Pfosten wie zuvor auf der Vorderseite mittels des 4,8 mm Metallbohrers vor. Erneut werden zwei Super-Saphir-Schrauben pro Pfosten mit einem Abstand von 1,5 cm zur Außenkante des Pfostens verwendet. Eine letzte Überprüfung von Parallelität der Träger und Rechtwinklichkeit der Dachfläche sichert ein perfektes Ergebnis ab. Hat der Hauptträger seine endgültige Position erreicht, können nun die Bodenplatten im Fundament verschraubt werden. Bohren Sie dazu Ihr Fundament an allen vier Stellen einer Bodenplatte mit einem 8 mm Steinbohrer vor. Im Anschluss daran werden die Pfosten mit den Betonschrauben fixiert. Die Verschraubung sollte mit einem Drehmomentschlüssel mit 20 Nm erfolgen. Achtung! Achten Sie unbedingt darauf, dass die Bohrlöcher tief genug und frei von grobem Dreck sind. Die Schraubköpfe der Betonschrauben werden mit den mitgelieferten PVC-Kappen abgedeckt. Alternativ zu dieser Variante bieten wir verlängerte Pfosten als Einbetonierkit an. Die Bodenplatten werden dann nicht benötigt. Setzen Sie nun die verbleibenden Sparren in die Aufnahmen von Haupt- und Wandträger ein und verteilen Sie diese gleichmäßig. Befestigen Sie anschließend analog zu den äußeren Sparren die mittleren Sparren mit je vier Super-Saphir-Schrauben. Messen Sie nun die Abstände zwischen den Pfosten aus und kürzen Sie die Alu-Clips-Leisten auf die entsprechende Länge. Wiederholen Sie diesen Vorgang für die Zwischenräume der Sparren an Haupt- und Wandträger. Die Alu-Clips-Leisten sind auch für den Einbau von LED-Spots mit bis zu 30 mm Einbautiefe geeignet. Sollten Sie unsere optionalen LED-Beleuchtungssets erworben haben, wäre nun der richtige Zeitpunkt, diese zu verbauen. Schrauben Sie jetzt die Endkappen an den Hauptträger und versiegeln Sie die Nähte von innen mit Silikon. Legen Sie als letztes die Aluminium-Laubfanggitter auf die hervorstehenden Laschen im Rinnenkanal. Gratulation! Sie haben die Aluminium-Unterkonstruktion fertiggestellt. Punkt 3. Die Dacheindeckung In Punkt 3 werden der Zusammenbau der Dachhaut sowie das Anbringen auf der Unterkonstruktion näher erläutert. Als Tipp vorab. Bereiten Sie so viel wie möglich bequem am Boden vor. Prüfen Sie zudem, welche Seite der Stegplatten die UV-geschützte Seite ist. Die UV-geschützte Seite wird Ihnen auf der Schutzfolie angegeben und später der Sonne zugewandt verbaut. Entfernen Sie einige Zentimeter rings um die obere Schutzfolie der Stegplatten. Der größte Teil der Schutzfolie bleibt weiterhin an den Plattenhaften. Wiederholen Sie dies auf der unteren Seite. Beide Stirnseiten der Hohlkammerplatten werden nun mit dem Alufliesklebeband verschlossen. Dadurch wird verhindert, dass Schmutz und Ungeziefer in die Hohlkammern eindringen können. Stecken Sie nun das Aluminium-U-Profil mit der Tropfkante nach unten auf die Stirnseiten. Versiegeln Sie den Übergang von Platten und Alu-U-Profil mit etwas Silikon. Stellen Sie die vorbereiteten Stegplatten zur Seite und lassen Sie das Silikon hart werden. Zur Vorbereitung der Montage der Alu-Verbinderprofile bohren Sie diese mit dem 8 mm Metallbohrer vor. Die erste Bohrung ist 9 cm vom Rand zu setzen. Die weiteren Bohrungen sollten einen Abstand von ca. 30 cm haben. Als Orientierung finden Sie auf allen Alu-Profilen eine entsprechende Bohrnut. Achtung! Zwei Verbinderprofile werden von uns nur mit einer einseitigen Dichtung geliefert, die dann passend auf die Randstäbe kommen. Montieren Sie die Alu-Befestigungswinkel auf die Alu-Profile. Durch diese Winkel wird später das Herausrutschen der Platten verhindert. Legen Sie die erste Stegplatte gleichmäßig auf die äußeren Sperren auf. Die Platte sollte immer einen Abstand von mindestens 2 cm zur Hauswand haben und im vorderen Bereich ca. 2 bis 3 cm in die Rinne ragen. Die dadurch entstehende Dehnungsfuge zur Wand ist erforderlich, um den Platten eine Ausdehnung bei Temperaturschwankungen zu ermöglichen. Legen Sie nun ein Alu-Verbinderprofil mit einseitiger Dichtung am Ende der Überdachung bündig auf und bohren Sie mit einem 4,8 mm Metallbohrer durch die vorgebohrten Löcher in den Sparren. Befestigen Sie dann Alu-Profil und Sparren mit den 5,5 x 60 mm Bohrschrauben. Ist alles richtig verlegt, entsteht zwischen der Stegplatte und dem Alu-Profil ebenfalls eine Dehnungsfuge. Achtung! Passen Sie auf, dass keine Schutzfolie eingeklemmt wird und dass die Schrauben niemals durch die Stegplatten hindurchgeschraubt werden. Legen Sie jetzt Ihre zweite Stegplatte auf die Sparren auf. Kontrollieren Sie wieder die Ausrichtung der Platte wie zuvor. Decken Sie mit dem Alu-Verbinder die zwischen den Platten entstandene Dehnungsfuge ab. Auch hier werden Alu-Profile und Sparren wieder mit den 5,5 x 60 mm Bohrschrauben verbunden. Fahren Sie fort, bis das letzte Profil montiert ist. Die letzte Platte schließt wiederum mit einem Alu-Verbinder mit einseitiger Dichtung ab. Als letzter Schritt wird das Alu-Wandanschlussprofil montiert. Für eine ordnungsgemäße Absturzsicherung und um Schäden an den Stegplatten zu vermeiden, legen Sie bei der Montage eine Holzbohle quer auf die Alu-Profile. Achtung! Betreten Sie niemals die Stegplatten. Das Alu-Wandanschlussprofil wird entlang der Hauswand angelehnt, sodass die Dichtung zu den Stegplatten zeigt. Kürzen Sie das Alu-Wandanschlussprofil auf die benötigte Länge und fixieren Sie es mittels selbstschneidender Schrauben an den Alu-Profilen. Schneiden Sie die Lippendichtung des Alu-Wandanschlussprofils je links und rechts neben jedem Alu-Profil ein. Dadurch entsteht eine optimale Abdichtung der Stegplatten. Schrauben Sie nun die Endkappen an den Wandträger und versiegeln Sie die Nähte von innen mit Silikon. Dichten Sie den Übergang von Hauswand zu Alu-Wandanschlussprofil mit einer Silikonschicht ab. Für das Rexopremium-Aluminium-System werden standardmäßig Alu-Klemmdeckel zur optischen Verschönerung mitgeliefert. Diese werden auf die passende Länge zugeschnitten und anschließend mit einem Gummihammer auf die Alu-Profile geschlagen. Als letzten Schritt ziehen Sie die Schutzfolie der Stegplatten komplett ab. Nach dem gelungenen Aufbau wünschen wir Ihnen viel Freude an Ihrer Rexopremium-Terrassenüberdachung. ? . . ? ? ? ? ? ?? .